Yo, wieder willkommen bei Dragon Age Origins. Wir sind noch immer in den Totengräben. Ich weiß jetzt nicht mal noch wie viele Teile schon. Ja, letzten Teil sind wir einfach dieses S entlang gegangen, das wir jetzt dann abschließen werden. Und ja, sind von Shrieks auf einer Brücke überfallen worden. Am ersten Tag kamen sie und fingen alle. Und wo ist da wer? Eine Stimme aus dem Nichts. Ja, wurden von Shrieks auf einer Brücke überfallen und ja, haben ein paar gegen paar Skelette und dunkle Brüte gekämpft. Ein paar Sarkophage ausgeräumt. Da macht man jetzt auch gleich weiter. Novizenrone und ein zwergischer Helm. Wer redet da? Wo ist die? Am zweiten Tag schlugen sie uns und aßen einige als Fleisch. Das ist irgendwie. Am fünften Tag kamen sie zurück und es war ein anderes Mädchen dran. Am sechsten Tag hörten wir ihre Schreie in unseren Träumen. Das ist jetzt schon beinahe unheimlich. Am siebten Tag wuchs sie, als sie in ihr Maul, in ihren Mund spien, rärten, kotzten oder so ähnlich. Okay, da geht es in zwei Richtungen. Ah, ein Emissary. Aber noch ein Emissary. Ei, Spinnen. Ich war zwar nicht sympathischer, als ihr gegen dunkle Brüte gekämpft habt, aber meine Strategie, dass wir lauter Spinnen aussetzen, in den tiefen Wegen, hat sich in den und hat sich damit erübrigt. So, Team da her und ich bereite ihre Poste vor. Ja, zack. Ja, Lurie nach. Ja, sehr gut. Hündchen, du heulst mal kurz. Nicht hängen bleiben. Nicht hängen bleiben. Nicht hängen bleiben. Ja, da, Fressi Fressi. Ja, warum kannst du nicht Fressi Fressi machen? Ei! Win! Heilend! Alle! Gut. Ich bin aufgestiegen. Yay! Das kommt mir wieder mal ewig her, dass ich das letzte Mal aufgestiegen bin. Ähm, Swing. Und... So, warte. Er lebt ja da hinten noch. Ja, ich mache das für die Spinnen zuerst fertig. Irgendwer hat meinen Hund seine Ausdauer hinzu. So. Ja. Ja, ich habe den Einschel. Scheldschel. 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 Okay. Gut. Point me. Ich bin aufgestiegen. So, da. Mhm. Okay. Da verletze ich den Gegner dort, wo es am meisten weh tut. Okay. Und da mache ich mich uninteressant für Gegner, sodass sie mich nicht angreifen. Ich könnte aber auch besser schleichen lernen, damit mich die Rauschen vielleicht nicht mehr entdecken. Da verkrüpple ich. Das ist ein Sustained Momentum. Und das ist dieser Wirbelwind, den der Seven schon hat. Und das ist ein Bestrafer. Okay. Da brauche ich 36. Okay. Das habe ich ja jetzt mal schnell. Brauche ich da sonst irgendwas noch? Ne. Das ist das höchste Geschicklichkeitslevel, das hier benötigt wird. Puh. Obwohl die echten Endbosse fangen ja meistens mit einer Sequenz an. Ich kann so und so nicht schleichen. Nein, ich nehme dieses Zwei-Waffen-Meisterzeug. Dann verursache ich mir grundsätzlich mehr Schaden. Das heißt, da kann ich mir jetzt relativ frei Punkte vergeben. Ich nehme ein bisschen Konstitution und ein bisschen mehr Ausdauer. Ja. So, dann sammeln wir ein. Yes. Okay. Kiste. Okay. Großschwert und Feuerbolzen. Da ist noch eine Kiste. Wind ist aufgestiegen. Da ist noch ein. Der ist schon Knochen. Das geht aber schnell. Dahinten ist noch ein zerbrochener Stein. Dann lassen wir die Wind aufsteigen. Level up. Weiter geht's. So. Du kriegst auf jeden Fall da das Kampftechnikzeug. Arkaner Meister bist du schon. Aha. Da kannst du eine Aura, eine heilende und helfende Aura machen. Okay. Die Glyphen setze ich viel zu wenig ein. Diese Paralysier-Glyphe. Sollte ich mir ein bisschen vorlegen. Ähm. Ein beschützender Glyphe. Und das ist... Aha. Da kann sich demjenigen, der in der Glyphe steht, niemand nähern. Genau. Auf das brauche ich. So. Und dann kann ich ihr noch Werte vergeben. Und zwar kriegt sie... Magie. Soll ich ihr Konstitution geben? Ne. Ich halte sie einfach aus dem Kampf raus. Und nochmal Magie. Okay. Okay. Wie schaut es euch mit den anderen aus? Wann steigen die auf? Okay. Der Shale braucht noch ein bisschen. Der Ocarine braucht noch ein bisschen. Okay. Und mein Hündchen? Die müssen jetzt eigentlich auch bald wieder aufsteigen. Weil das habe ich oh lang vergessen zum Aufsteigen lassen. Gut. Da haben wir alles, oder? Okay. Ah, ja. Zack. Und zack. Do the shadows with me. Mhm, 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 mhm. Verletzt oder gar vergewaltigt wurde? Schon sehr kryptisch. Ninth day she grins and devours her again. Hä? Am neunten Tag grinste sie und verspeiste oder verschlang ihre... Ihre... Ih, da ist was drin. Fleischsack. Ihre... Verwandtschaft oder Sippschaft? Da muss ich jetzt reingreifen. Schwammer. Na gut. Ah, das wird jetzt richtig grauslich. Das weiß ich jetzt schon. Now she does feast as she's begun the beast. Jetzt? Hm. Sch... Sch... Schlingt sie oder schlemmt sie oder verspeist sie oder... Weiß ich nicht. Irgendwas in der Richtung? Weil sie das Biest geworden ist oder als sie das Biest geworden ist. Was? 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 Die Die Seventh day, she grew as in her mouth they spew. Eighth day, we hate it as she is violated. Ninth day, she grins and devours her kin. Now she does feast as she's become the beast. First day, they come and catch everyone. Second day, hmm. They beat us and eat some from eat. Third day, the men are all not on again. Fourth day, we wait and fear for our fate. Fifth day, they return and it's another girl's child. Sixth day, her screams we hear in our dreams. Seventh day, she grew as in her mouth they spew. Eighth day, we hate it as she is violated. Ninth day, she grins and devours her kin. Now she does feast as she's become the beast. First day, What is this? An elf? Exotic and impossible. Feeding time brings only kin and clan. I am cruel to myself. You are a dream of strangers faces and open doors. What is that? An elf? That can't be anything in the direction. Feeding time brings only kin and clan. I am. I am. I am. I am. I am. You are. You are a dream of those of you. You are a dream of seizing. You are a dream of own faces and of open doors. ist das eine dunkle Brutveränderung es schaut anders aus sie näher untersuchen ich bin kein Traum ich kann dir helfen du wurdest gezwungen deine Verwandtschaft zu essen näher untersuchen würde ich mal sagen sie scheint zu leiden unter einem hohen Fieber ihre Haut ist blass und sie ist sie strotzt vor dunklen Pusteln oder so ähnlich jetzt fangt sie wieder mit ihrem komischen Gedicht an was ist das für ein Gedicht ich kann dir helfen was auch immer von dir übrig ist was ist das für ein Gedicht es ist was ich gesehen habe was ich werde ich versuche es in Verso ist es eine Fantasie das ist der einzige Ort, das kann ich mir hide because they make me they make me eat and then all I could do was wish Laryn went first I wished it upon her so that I would be spared but I had to watch I had to see the change how do you endure that how did Branka endure kommen Untertitel Branka, where is she? are you from Branka's house? what change? what do they do? are you from Branka's house? I could not turn her forgive her but no she cannot be forgiven not for what she did not for what she has become what has she done Hespit what has Branka done when have you seen her the last time or a secret love no wonder that she Orgrant left ah they are lesbians yes this explains a lot of course if I knew she had those interests I could have made some adjustments there is too much darkness here the anvil it is in the darkness surrounded by it pulling Branka in no I swore not to speak of it not to think of it la 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 I will not hear anymore about Branka Oi was is mit der Frau was hat sie getan erzähl es mir oder bleib hier hilf mir und ich werde dich zu ihr bringen ich kann das beenden sag mir bitte was ich wissen muss ja genau sag mir was ich wissen muss ich of them only a step from Laren I dream I am away but real safety that means accepting and I will not I will not become what I have seen not Laren not Branka hey da geblieben wo laufst denn hin essen die sich gegenseitig oder wie ich check das jetzt noch nicht ganz vielleicht kommt bald die Obfierung so jetzt bin ich auf dieser anderen Seite das S schließt sich also ein S kann sich nicht schließen ein S ändert ok ok became obsessed that is the word but it is not strong enough blessed stone there was nothing left in her but the anvil oh an orca oh noch ein orca was ist ja wir da jetzt zurück gelaufen entdeckt uns die zweite da nicht dann müssen wir nicht gegen zwerver immer kämpfen ja komm komm her ja ja also also gestaltung ist schon ein wahnsinn riposte 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 ok kein starker oga und da vorne war ja noch einer cool riposte und riposte Okay, wieder kein starker Oga. Wir versuchen zu entkommen, aber sie fanden uns. Sie nahmen uns alle und veränderten uns, oder so ähnlich. Ah, das ist dieser Haufen, den ich von der anderen Seite aus gesehen habe. Ah, da kriege ich XP, nice, dankeschön. So, ich check das jetzt noch nicht ganz. Aber ich habe den Verdacht, ah, die kann ich nicht öffnen. Ich habe den Verdacht, dass die, sie gezwungen haben, oder wer, wer auch immer, sie gezwungen haben, die anderen zu essen. So in der Richtung. Geisterzwerge, die kann ich aber nicht angreifen. Aber ich kann auch nicht drinnen holen. Bovana, Bovana, wie das heißt. Ich dachte schon, es wäre in Staub zerfallen mittlerweile. Legionäraltar, Helm der Legion, das ist der letzte Teil der Rüstung und ein Legionärschlüssel. Ah, warum greifen die jetzt auf einmal an? So, Win, du gehst ein bisschen zurück und ich warte mal ab, wie nah die zusammenstehen. Vielleicht kann ich irgendwo, ja, schwimmen und sweepen. Da zum Beispiel, schwupp, sweep! Okay, und Poster. So. Ey! So. 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 Dann shredders den. So. 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 mal was. Okay, all grand. Ja, nur ein voll ausgestatteter. Super, der kann das nicht tragen. 42 brauchst du. Was hast du? 39. Na dann nicht. Dann kriegst du den Kehlen-Helm. Kann ich vielleicht später nochmal probieren. Was braucht er? 42. Und er hat. Genau, einmal aufsteigen. Gut. Nur ein voll ausgestatteter Legionär kann das irgendwas nutzen. Die Männer töten sie und die Frauen wollen sie. Den Rest habe ich mir jetzt nicht gemerkt. So, und der Schlüssel öffnet das jetzt vermutlich. Ja, gehen wir dann weiter im nächsten Teil. Okay, da ist ein Sarkophag. Ja, im nächsten Teil. Vielleicht kapiere ich dann im nächsten Teil mehr.